Wir haben Stand heute in der Rekordmesse. Wir haben rund 2380 Aussteller. Das ist ein Zuwachs von knapp 10 Prozent. Wir mussten eine ganze Halle deswegen eröffnen und haben damit quasi zehn Hallen. Und auch die ersten ein, zwei Tage jetzt sind gut verlaufen. Vor allen Dingen aus dem Ausland haben wir einen deutlichen Besucherzug.